Oh, endlich so ein gutes Game! Jetzt komm ich! Alter! Game Shuggles! Und damit herzlich willkommen zurück zu Game Shuggles. Ähm... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch zu Rocktober... Rock'n'Rolltober, also Horrortober... Du meinst, aber es passt auf jeden Fall zu Zocktober. Auf jeden Fall, zu Zocktober passt. Deswegen machen wir local co-ops. Endlich mal, was er wieder auf der Coach zusammenspielen kann. Der Coach? Der Coach. Er ist so Coach. Wir fangen von vorne, würde ich sagen. Ernsthaft? Haben wir die anderen Folgen eigentlich schon online gestellt von Partyheart? Weiß gar nicht. Ich glaub nicht, gell? Aber soll man nicht da weitermachen, dann einfach irgendwie anknüpfen? Weil das sind ja so Einzellevel und so. Ja eben, wir machen einfach Einzellevel hier. Ja komm, hause erst die Läden nochmal rein. Dann kriegen wir jetzt zu zweit, genau. Du musst da unten bleiben. Oh! Du kannst nur den sehen. Nein, du kannst auch nicht sein. Ja, aber das ist ja sinnlos. Das macht vor allem keinen Sinn, finde ich. Wir können ja nicht einfach dieselbe Person sein. Verstehen Sie? Spaß? Sich durch Amerika zu morden, in einem Film macht auch wenig Sinn. Aber kann man machen. Ziel, alle umbringen. Ja. Auf der Party. Okay, danke schön. Okay, wir haben zwei Minuten 44, um alle umzubringen. Let's do it. Ah, dancen geht so. Aber da gehen alle weg, weil sie finden, dass wir... Ja, ja, genau. Die Musik ist doch geil. Ist doch richtig... Ach, dieser Elektroschock ist noch. Wie renne ich nochmal? Leitern hochgehen kannst du auf oben, also die zwei Dings rum. Wie? Irgendwie konnte man doch rennen. Äh, ja. Ah, wenn du hier gedrückt hältst, hier oben. Aber das geht nur kurz. Ne, meiner macht so Elektrozeug. Ich glaube, meiner kann nicht rennen. Könnte sein, ne? Könnte sein. Ach, und man gewinnt auch Zeit, wenn man wohl so rumbringt. Hä? Zersägt. Zersägt, geil. Alter, warum ich das so schnell? Na toll. Jetzt kommt der Bulle. Nein! Oh, toll. Hat er dich gekriegt? Ja, Alter. Wie komme ich durch das Fenster raus? Hier mit dem oberen. Ah, mit dem... Ja. Jetzt kommt Mario. Na toll. Ja, aber ich bin noch im Spiel. Ich kille noch weiter. Killen! Ja, kann man Mario nicht killen, gell? Verdammt. Was soll der Klemmer hier? Was soll der Klemmer hier? Ich finde einfach geil, die Idee, dass dann einfach Mario kommt und die Fluchtwege kaputt macht. Ja. Also ihr seht jetzt oben rechts ist dieser gelbe Kasten. Das ist eigentlich ein Fluchtweg für uns, wenn die Polizei kommt, dass wir halt abhauen können. Boah, die Bullen kommen! Ich kann nicht mehr töten! Ah, nee. Du kannst da links aus... Den Klauen. Haha, Stirmklauen! Oh, jetzt hat er sich gesehen. Der Bulle kommt jetzt zu dir. Du musst links. Du, der Bulle. Ich schubse den Bullen. Sag ups zu dem Bullen. Ja, ich schubse den Bullen. Besser, die. Ja. Jetzt kommt der Mario. Don't destroy my ladder. Ach so, der Bulle kommt wieder von oben. Bleib da. Dammit! Nein, jetzt bin ich genau... Nein! Er geht, er geht. Ja, ich bin zu alt für den Mist. Egal, wie viele to... Ich bin weggefahren, jawohl. Weißt du, was ich auch geil finde? Du kennst doch... Du kennst dich. Du kennst doch bei Lethal Weapon, wenn... War das morgen Freeman oder wer das? Sorry, jetzt gucke ich einfach... Nee, das war... Tatsächlich, ich weiß deinen Namen nicht, aber es war nicht morgen Freeman. Wofür nicht? Bin ich tot? Was? Nein, nein, nein. Du bist da, aber du bist jetzt verhaftet. Irgendwie habe ich geboxt, aber ich lag doch auf dem Boot. Hä? Naja, ja. Wie viele haben wir getötet? Wie viele haben wir geschaut? Ja, nee. Bastel. Aber immerhin. Oh, krass. 29. Schaffen wir es. Für euch. Ja, auf jeden Fall. Hat er im Englischen sagt er... Danny Glover. Danny Glover heißt er. Okay, und er sagt auf jeden Fall im Englischen sagt er... Äh... Yippie, jay, motherfucker. Und sie haben es auf Deutsch übersetzt mit... Schweinebacke. Das ist ein Die Hard, dude. Das ist so schlecht. Aber Die Hard, scheiße. Das ist Die Hard. Aber ich sage es so schlecht. Schweinebacke. Oh, warte mal. Hey, hey, hey. Wenn wir zu zweit sind, können wir doch Strategien fahren. Das heißt zum Beispiel... Einer steht hier an der Tür. Du kannst alle umbringen und ich kann... Dann warte mal, ja. Euch an der Tür. Aber der ist... Ja, gut. Der läuft einfach hier vorbei. Alter, der läuft einfach durch mich durch und durch mein Messer. Egal. Ich gehe mal hier lang. Geh durch die Dose. Aber guck mal, er hat... Der Bulle will nicht dich. Der will nur mich. Okay, der will auch mich. Oh. Ist der Bulle tot? Ja, der ist ausgerutscht oder sowas. Ja, cool, weil ich den Kaffeemaschinen zerstört. Ach ja, das geht. Ja, nice. Oh, man kann... Oh, es kommt Swart Team, scheiße. Oh Gott. Das haben wir doch nie geschafft, dass das Swart Team kommt. Mario, hör auf mit der Scheißleiter, Mann. Wo ist das Swart Team? Die steigen gar nicht aus, oder? Ah, die kommen da unten rechts. Guck mal, da unten ist was los gewesen. Da war ein Kokain-Deal oder sowas. Ach ja, stimmt. Es kommt noch ein Bulle. Und die Leiter ist tot. Verdammt, die Leiter. Ich werde verhaftet. Egal, ich kann weitermachen. Ja, mach dir doch. Aber er sieht dich. Nee, der muss dich raustragen jetzt. Ah ja, stimmt. Aber er hat dich irgendwie verdächtigt oder sowas. Die Wissenschaftler kann man auch nicht töten. Das ist ein Erkrankwagen. Ich denke immer Wissenschaftler. Ich weiß auch, warum. Das ist aber jemand in einem weißen Kittel. Wie in diesen Werbungen. Ja. Weißt du so. Hallo, ich bin ein Experte. Hast du das mit der Dr. Best-Werbung gehört? Also man darf in der Werbung nicht behaupten, dass jemand Dr. ist, wenn er keiner ist. Und der Dr. Best hieß halt wirklich so und war wirklich Dr. Und der ist gestorben. Und jetzt hatten die keinen Ersatz mehr, weil die ja niemanden einfach Dr. nennen dürfen. Da rechts hundert die ja schon jemand. Dr. Best muss er natürlich auch erstmal heißen. Ja, das stimmt, ja. Und dann haben die irgendwie ewig jemanden gesucht, der Dr. Best heißt, ne. Das habe ich mal gehört, ne. Komm, wir müssen das jetzt schaffen. Und die gleich sind alle tot. Nur noch eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, ne. Geh weg, du Polizist. Vor allem, was mich voll angekackt gerade eben. Das sind noch 30 Leute, du. War, ich habe, ich habe keinen einzigen, glaube ich, getötet. Wirklich keinen einzigen. Und wurde verhaftet. Nur weil ich, nur weil mich der Bulle gesehen hat. Und das ist auch wieder das korrupte System, in dem wir leben, Leute. Ja. Jetzt hätte ich Bock, über Politik zu reden, aber. Ja. Ja. Ja, ich würde auch sagen, das lassen wir doch. Es hat keinen Wert, Leute. Es hat keinen Wert. So. Aber wenn ihr einen guten Job braucht, in dem ihr wenig arbeiten müsst, kann ich nur das EU-Parlament empfehlen. Bewerbt euch. Das stimmt, ja. Da liegt doch irgendwas auf dem Boden. Die Frage ist aber, kann man davon leben? Da ist doch so eine schwarze Tasche, oder? Kann ich die nicht aufgeben? Doch, da, guck mal. Aber wie nebe ich die auf? Ah. Ja? Weil wenn du reinläufst, dann wird sie so grün, siehst du? Ja, aber ich drücke X. Gegenstand erhalten steht. Ah, okay. Gegenstand erhalten. Ah, vielleicht hast du... Ich hab noch zwei Minuten. Ja, das schaffst du. Warum ruft ja die Polizei? Ah, Mann! Wir sehen, wie du es schaffst. Ich hab's einmal geschafft, damals. Ich hab ganz tiefes Vertrauen in dich. Ja, wir haben schon zwei Level schon mal geschafft. Das ist mega schwierig. Es ist, ja eben, es sieht eigentlich easy aus, aber es ist wirklich schwierig, weil es darf dich ja keiner sehen. Und du hast durch die Zeit, wie sie dich nicht gesehen hat... Das ist fast wie morgen im echten Leben, ne? Da darf dich auch keiner sehen. Ja, stimmt. Mein Stern ist aus dem Real Life los, oder? Ja, aber ich musste. Aber ja, jetzt... Nein, du musst jetzt in die Mitte stehen und dancen. Und dann hauen die ab und gehen in verschiedene Räume. Ja, ach ja, damit kriegst du weg. Ich hab ewig überlegt, warum die sich nicht bewegen. Ja, da hab ich nicht mehr dran gedacht. Warte, warte, warte. Ich schaff es! Ja! Jawohl. Okay, cool, cool. Achtung. Aber wenn ich hab, da ist der perfekte Mario. Da unten ist er schon. Ja. Ob man den wohl auch mit nem Stromschlag oder so wegkriegt? Nein, ich mein nicht dein Stromschlag, sondern... Achso, ja. Wenn man das irgendwie... Kommt der Bulle noch von hinten? Shit, shit, shit. Der Bulle kommt von unten. Geh runter, 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 runter. Ja. Ah, okay, nice. Sweet. Mach die auch noch tot. Mach sie tot. Mach alles tot. Ah, Alter, wir sind so dumm. Was denn? Da unten steht dieses Auto, was wir jetzt benutzen können. Ach ja, wir können ja die ganzen Gegenstellen noch aktivieren. Ja. Oh Gott, das haben wir voll vergessen. Alle in den Comments so. Nein. Aber noch zehn, noch neun. Hey, das ist nicht schlecht, wenn es noch neun ist. Jetzt gibt es auch weniger Anrufe, weil die weniger sehen. Ja, ja, genau, genau. Achtung, jetzt nicht da alles abgeschneidt. Oh, Alter. Boah, krass. Nicht den DJ. Mach sie. Mach sie kalt. Ja. Sie auch. Nice. Wie viele sind es noch? Ja, ja, die hat die noch. Nein, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, du schaffst es nicht. Nein, warum? Riech, 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 riech. Und jetzt, fuck, was das Problem ist. Jetzt kann ich nicht den Comments mehr. Oh, nee, ich kann das nicht mehr machen. Nein, nein, nein. Verdammte Scheiße. Scheiße. Warum kann ich den Scheiß? Das gibt es nicht. Drei Stück. Drei fucking Leute. Nur wegen der letzten, die die... Das war richtig knapp. Aber du hast es mega gut gemacht. Du hast es mega gut gemacht. Aber das war's. Echt? Nächstes Mal bei Game Circus geht's weiter. Mit Party Hard.